Das heißt, wenn ich jetzt, ich werde jetzt noch operiert, okay, und das Problem dabei ist jetzt wiederum, ich weiß von dem Kollegen, wo genau das Gleiche passiert ist, okay, und der operieren war, dass seine OP nicht gut verlief und dem ist die Schulter dann nochmal rausgesprungen und wenn du operiert hast und die springt das nochmal raus, dann ist es richtig Arsch, okay, und deswegen will ich nicht sparen und werde jetzt nicht auf einen Termin warten bei einem staatlichen Krankenhaus, sondern ich werde das bei dem Chirurg machen, bei dem ich auch beim ersten Mal war, als ich mich beraten lassen habe wegen OP oder nicht. Das ist einer, wenn nicht der beste Schulterchirurg in Österreich, ich weiß noch nicht, was ich bei dem zahle, der ist in drei Tagen erst aus dem Urlaub zurück, der ist selber Skifahren, hoffentlich passiert ihm nichts, ich habe aber schon mit seiner Ordination telefoniert und der nächste verfügbare Termin wäre am 20.02., das ist in zehn Tagen von jetzt an und vielleicht kriege ich es vorher hin, dass ich einmal hingehe und er schaut sich das an und wir können einen OP-Termin ausmachen. Mich würde es einfach mal interessieren, was schätzt ihr denn, was kostet mich eine Operation bei einem privaten Schulterchirurgen in Wien? Was würdet ihr schätzen, kostet mich das? Ich kann euch jetzt selber keine Antwort darauf geben, ich weiß es noch nicht. Ich werde es euch wissen lassen, sobald ich bei ihm war, okay. Ich weiß halt nur, dass ich letztes Mal, als ich dort meine Schulter ausgekugelt habe und eine Beratung haben wollte, ob ich operieren sollte oder nicht, okay, habe ich für eine Beratung 300 Euro gezahlt. Aber ich sage ganz ehrlich, wie es ist, ich bin jemand, ihr kennt, ich bin sehr transparent, was meine Finanzen angeht und alles mögliche, ich kaufe mir keine Luxusuhr, ich fahre seit acht Jahren und seit neun Jahren fahre ich einen Seat Ibiza, den ich damals mit meiner Mama gemeinsam gekauft habe. Ja, ich habe eine große Wohnung mit meiner Freundin gemeinsam und ich zahle nicht wenig Miete, weil ich in der Wiener Innenstadt wohne, aber das ist der Luxus, den ich mir gönne. Aber abseits davon gönne ich mir keinen Luxus, so. Ich investiere den Großteil meines Geldes, ich spare den Großteil meines Geldes, ich schaue, dass ich das vernünftig anlege und halt meine eigene Altersvorsorge praktisch damit aufbaue, ja. Weil, surprise, von der SVS wird nicht viel kommen. Ja, anyways, deswegen bin ich dankbar, dass ich schlau mit meinem Geld umgehen kann, weil selbst wenn mir der Arzt jetzt hingeht und sagt, das kostet jetzt 15.000 Euro, dann werde ich es zahlen und ich kann es auch zahlen. Und das ist der Vorteil, okay.